Warnung. Die folgenden Szenen können Beleidigungen, extreme Aufregung und sogar Hassreden, in Klammern gegeneinander, beinhalten. Diese sind in der Regel nicht ernst gemeint und beeinflussen in keinster Weise die Beziehungen untereinander. Hoffentlich. Ja, wir gucken jetzt erst mal, wo wir hinkommen. Oh, äh, was ist? Was war das? Guck mal, wir haben alle Zelte da oben. Ja, aber hier unten nicht. Ja, da haben wir ja auch nicht, da wollten wir ja unbedingt nicht Dings spielen. Und? Was kommt? Was kommt? Was kommt? Nein. Was, Drachen? Ich will keine Drachen. Wieso kann ich das nicht steuern, sodass das Pferd? Ich hab noch zwei dabei. Ich brauch keine noch dazu. Hi. Wieso kann ich das nicht fahren? Ja, du kannst das halt nicht. Drück doch mal. Nein, das war ganz clever mit Druck doch mal. Aber wie soll man denn da hinkommen? Ja, wir haben eine sehr gute Fahrt. Moment. Wer kann denn von euch steuern? Nicht ganz. Ach, ich weiß, wie es geht. Ich dachte, wie es geht. Du musst die vordere Schultertaste benutzen, die zum Beschleunigen. Ein Legoland. Oh, wie schön. Lass uns nach Lilliville. Lilliville. Also spielen wir doch eine Runde. Das kenn ich noch nicht. Ich einfach ignoriert werde, man merkt das. Ja, wir spielen noch eine Runde, aber du kannst das nicht nur jetzt. Ja, sollen wir das denn mal auf leicht machen, weil wir das ja alle noch gar nicht kennen? Ja. Nein. Ich habe die Aufnahme sowieso schon begonnen, also von daher. Mach dir immer leicht, ey. Ihr seid echt. Ja, nein, wir müssen ein bisschen Zeit haben, Mensch. So, wer hat das Seil? Ich habe das Seil. Ich habe das Seil. Da, da, da. Du hast die Axt. Du hast die Axt. Du hast die Axt. Axt. Geh weg, ich muss zu den... Oh, oh, aua. Okay, ich mache die Hacke. Okay, jetzt sind alle Clowns wie das Werkzeug hier. Ja, ja. Nein. Ach, mach doch, dass ich hier sterbe. Oh. Oh, die gehen weg. Oh. Äh, wir brauchen Dings. Wir brauchen was? Äh, Stein. Äh, eine. Äh, Kacke. Egal. Eine Kacke? Eine Kacke. Eine Kacke, du. Äh, wo ist das nächste? Ich höre das Seil? Äh, Holz, Holz, Holz. Holz. Oh, dieses Scheiß-Ding kann das mal... Danke. Der EP hat mich gerade getötet. Ja, ich habe dich getötet. Ja, du hast mir gerade das Blatt weggehauen. Nee, das Blatt kann ich weghauen. Nein, überhaupt nicht. Ich kann dir eins aufs Blatt hauen, aber... Ich habe das Dings... Oh, ich habe es schon umgebracht. Nein. Oh, jetzt komm schon, Mann. Alter. Du bist Hammer. Na, komm schon. Jetzt stell das Scheiß-Ding da hin. Hä? Ich kann es nicht hinstellen, obwohl es gelb ist. Was ist das denn? Hallo. Versuch mal hier, warte. Ich schiebe das mal hier ein bisschen weg. Spacken. Leute. Oh, Gott. Ah, nee. Da oben ist... Oh, ich denke, der hat gerade Holz reingetan. Ja, eins. Ich kann ja nicht beide tragen, wenn du nichts mitnimmst. Oh, verdammt. 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 Hier. Ah. Wicker. Stein. Stein. Stein, Stein, Stein. Stein. Stein, das muss sein. Holz, 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 ich komm nicht vorbei, ja. Ist auf ab. Oh, ich kriege es einfach, ich helde. Eins noch, eins noch Holz, Holz. Nein, die Axt ist reingefallen. Das ist für mich verarscht. Ich hab Holz. Oh, du hast auch Holz, okay? Ja, ich glaub, wir brauchen auch zweimal. Lauf, lauf, lauf. Nein, einmal. Schnell. Mann, ich kann nicht schneller. Angel. Siehst du? Wo ist die Angel? Nein, da. Ja, klau, ihr buchst immer alles fisch, ey. Jetzt muss ich alle drei hier alleine reinmachen. Ich hab extra noch Holz reingemacht. So ist das jetzt. Ja, super. Wir müssen noch mal die Axt. Oh, Mann. Aber die Axt ist nicht mehr hier. Wo ist die? Ah. Ah. Jetzt willst du mir nicht sagen, dass das da reingefallen ist, ne? Na, Tom, ich. Noch und noch einmal. Hallo? Ey, ich geh jetzt raus. Danke. Er hat mich bitte ins Wasser gezogen. Laufen, mach das Holz. Mach das Holz. Ach, komm, ey. Ach, komm, ey. Geht doch. Nein, ich bin fast mit dem Holz. Ich bin zum Beispiel verarscht. Ja, Tom, du musst zum Zettel. Ich bin zum Zelt gehen, schnell. Kann ich nicht. Doch, wem wird welches Zelt hier? Was weiß ich nicht? Oh, komm. Ich war noch nicht mal völlig da. Ihr seid, ihr könnt noch niemals auf Casual das Ding machen. Oder auf Dings hier. Geht ja immer noch. Ich wollte nur sagen, es geht ja auch hauptsächlich um den Spaß, ne? Den wir gerade nicht haben, weil wir uns so darauf versteifen zu gewinnen hier. Ich wollte gerade sagen, welchen Spaß. Wovon redest du? Spaß? Das ist unmöglich, Leute. Spaß ist unmöglich. Ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß ist unnötig. Kleine Stachtel-Schwein. Ich will nicht sagen, aber wir haben das gerade auch leicht gemacht. Das ist kein gutes... Zelt hier. Komm, 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 holz, 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 holz. Holz, 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 holz. Na, da kriegst du nirgendwo holz hier. Nein, geh weg! Ich ruhe dir jetzt den ganzen Wald hier. Ich merke schon, du bist hier völlig von Sinn. So, ne, weißt du warum? Weil das besser ist. Holz, 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 holz. Hier liegt ja alles. Komm ich nicht dran, weil ich hier versinke, Mann. Stein. Stein, 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 Stein. Ein, ein, Hammer. Los, Stein, 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 Stein. Halt die Klappe, Holz. Halt die Klappe, Holz. Aura. Der hat mich reingeschossen. Ich komme hier nicht rum. Warum ist Moana jetzt gestorben? Nein. Nein, geht schon. Oh, jetzt. Ein Stein. Lauf, 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 lauf. Noch ein Stein. Stein reinmachen. Oh, ja, 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 ja. Oh, ich kann die nichts aufnehmen. Fertig. Zwei Holz, zack, zack, zack. Ja, eins habe ich, holt noch eins. Das können wir hier ja alles rum hier. Mach einfach. Ich werde dich rumkommendieren. Wo geht das nicht? Da. Axt, die Axt her. Los, hol die Axt her. Da ist Holz, hol das schon mal. Ja. Axt, zack, 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 zack. Zwei Stück Loch brauchen wir mal. Wo ist die, äh... Was ist das? Ich sehe hier nur irgendwas grünes, hallo. Ich auch. Ich bin wie fake. Hier, komm nach unten. Ich bin am Angeln, ich bin am Angeln, ich bin am Angeln. Nein, ich bin reingelaufen von jemandem. Gib die, gib die. Ey, warum hast du die Angel mitgenommen? Wieso hast du mich da hingeschubst? Kannst du mich ohne die Angel nerven? Wo bin ich? Wieso bin ich hier? Ach, das war Moana, die du getötet hast, nicht mich. Ich habe die gar nicht getötet. Ey, Leute, ihr streitet uns so sehr. Ja, ich habe es gerade da noch mal gewusst zu sein, dass ich das bin, aber ihr habt es nicht gerafft. Nee. Ich will jetzt schlafen. Er hat das Holz nicht weggenommen. Los, los, los. Du musst da hoch. Yeah. Scheiße. Vielleicht, aber das erwähnen wir mal nicht. Oh, no. Ich sag mal, das Ende ist nur locker. Ich habe es auch noch mal aufnehmen. Locker. Locker. Ja, weil du den einfachen Modus genommen hast. So, jetzt aber Smallville. Das ist dann das letzte Smallville, ne? Okay. Warum? Warum? Weil ich dann ins Bett gehe. Aber wir brauchen dann noch... Wir brauchen dann noch Aufnahme. Hä? Was wollt ihr für Aufnahme? Wieso ist das hier so... Also, deswegen Smallville. Wollt ihr nicht hier... Also, ich kann mal danach noch nicht... Also, ich darf mal nachher viel gearbeitet. Wo sind hier Bäume? Ich kriege keine Bäume. Holz, Holz, Holz. Wo ist diese scheiß Hacke? Ja, ihr. Sag mir mal, wo die Bäume sind. Wo ist hier? Ja, ich bin tot. Ja, ich kann nicht nach Bäumen gucken, wenn ich nicht weiß, wo die Hacke ist. Ja, die liegt doch da wieder. Nee, das ist der Hammer. Da ist sie. Ich habe die Hacke. Jetzt. Hier oben sind Steine auf jeden Fall. Ach, dann sind hier die Bäume, oder? Nee. Ich komme aber nicht weiter. Wer hat gesagt, dass das das letzte Spiel ist heute? Du. Können wir jetzt schon... Aber nur du. Warte mal, hier sind gar keine Bäume. Oh, wo sind die Bäume? Ohne Scheiß, ich bin jetzt hier überall rumgelaufen. Hä? Warte mal, gib mal her. Ja, da und dann musst du da rüber, aber da kannst du ja nicht. Du kannst ja nicht sprü... Doch, und dann rüber. Da rüber. Ach, ich hänge hier fest, deswegen sterbe ich nicht. Ich komme aber auch nicht mehr rüber. Von hier aus. Boah, was ist denn hier heute jetzt? Ich raff's nicht. Hä, das Kapitel verstehe ich aber wirklich auch nicht. Ich bin hinten runtergefallen. Ähm, man spielt echt super. Das ist eine Kacke. Ja, weil wir alle gestorben sind. Jetzt. Jetzt. Hier vorne stirbst du auf jeden Fall. Könnt ihr mal alle mit nach unten auf die Blume gehen und nicht... Ja, aber da stirbst du, da fällst du runter. Hab ich doch gerade ausprobiert. Ja, aber man... Ja, scrollt halt darüber, aber... Außer dem Moana kann wieder nicht, wenn man sagt, wir alle. Hüpft einfach da hinten rum. So, jetzt dürfen sich hier alle sterben. Nee, 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 nee. Ich wollte nur gucken. Aber hier unten sieht's aus, als wenn hier eigentlich die Bäume wären. Aber es muss doch hier Holz geben. Können wir mal alle hier hochgehen, bitte? Alle? Ja. Ja, warte mal. Hier rüber. Ja, da bin ich ja... Da hing ich ja fest. Warte mal. Nee, hier ist auch mal auch nix. Könnt ihr mal die Legosteile hauen? Geht nicht, ne? Naja. Habe ich gerade schon versucht eigentlich, ging nicht. Das war eine Lampe, was die ganze Zeit so komisch aussieht. Ich meine, Angeln und so, Steine, ist alles kein... Ne? Oder ist das hier irgendwie verbackt oder so, dass es hier... Das kann aus sein, weil wir gerade das haben ja schon back hatten. Ich meine, dieses Kleine vom Platz her kann ich nur nachvollziehen. Aber es muss doch irgendwo Bäume geben. Man braucht gar kein Holz. Warte mal, äh... Die Zeit geht auch nicht weiter, oder? Ja, doch, die geht doch weiter. Äh, es gibt auf jeden Fall kein Holz hier. Was für Holz, Mann! Es gibt kein Holz! Äh, ich verstehe jetzt aber wirklich nicht. Ich auch nicht. Du, ich bin ja auch so ahnungslos wie du. Pleiten, Pech und Pannen im Spiel. Das Holz ist weg. Ja. Das ist ein schöner Titel. Ja. Auf jeden Fall. Von diesem Part auf jeden Fall. Achso, ich bin wieder da. Warte mal, wir waren aber noch nicht auf der rechten Seite so richtig. Nach dem Fischteich da. Da ist da noch was. Da bin ich hin... Also, hinten bin ich runtergefallen. Hinter dem Fischteich. Äh, vorne bist du doch auch gerade eben runtergefallen, oder nicht? Ja, ja, vorne... Ja. Warte mal, aber das ist doch abgebildet. Bei dem... Guck mal, bei dem Legostall... Bei dem... Da ist es... Ne, hinten solltest du... Ja, aber das ist ja kein Holz hier, oder? Ja, doch, das wäre das Holz. Sei es doch auch ein Pilz abgebildet. Natürlich. Mach doch mal an. Was ist das Holz? Das? Ja, mach doch mal an. Nein, nicht dieses kleine Stückchen da oben. Ne, ihr müsst von der anderen Seite gehen. Geht von der anderen Seite. Kommt doch gar nicht hin. Was ist das? Ne, das Zelt ist im Weg. Ihr habt das jetzt da so kritisch. Nein, das steht schon standardmäßig da. Ich bin festgefahren, ich kann nichts mehr machen. Ich bin die Maschine. Ich bin die Maschine. Ich bin die Maschine. Ich mach das unten nur erstmal. Eine Maschine. Ich bin doch keine Maschine. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Dann springt... Ne, ins Wasser kannst du auch nicht? Nein. Dann müsst ihr jetzt leider ohne mich klarkommen. Ja, aber ich hab keine Steine, aber ich hab nix. Ja, ich kriegste... Die fallen immer runter. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr müsst leider ohne mich auskommen. Ich komm hier nicht raus. Hä? Sind das nicht die Kleinen hier? Wo ist denn jetzt der Hammer? Ach, da hinten. Ja, das Zelt ist wieder so an. Geh mal in den Fischteich. Versuch mal und dann stirbst du doch. Komm mal auf, schnell. Hallo. Ja, ich komm... Hallo, Lesbik. Komm mal da ran. Hey, wo ist die Gapbe? Nein, das Zelt. So. Es ist auch schön, mal zuzugucken. Ja, wenn er stundenlang braucht, um mal kurz ein bisschen Holz da reinzuschieben. Ne, hast du immer noch nicht drin. Sicher? Zwei. Ach, ich trinselt in der Beziehung, Leute. Das müssen die dann auf Screen lernen. Keine Beziehung. Das ist ein Hass. Äh, wo ist denn... Wo ist das Ding hier? Eine Hassmübe. Eine Hassmübe. Holz, 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 Holz. Ich laufe extra runter. Holz fliegt da jede Menge... Kannst du nicht in das Wasser gehen? Hallo? Nein, kann ich nicht. Ich mach das doch noch mal. Probier es einfach noch mal. Sei doch nicht so unflexibel. Wer ist so nicht flexibel? Weißt du, so ist der auch innerhalb der Beziehung. Das ist schrecklich. Er ist so nicht flexibel. Wo ist die Lampe? Hol die Lampe. Nein, ich hol nicht die Lampe. Ich will jetzt das Ding hier hinstellen. Hol die Steine, Steine, Steine. Du kannst mich mal. Hol ich keine Steine mehr. Hol dir lieber mal die Axt wieder. Die hast du so gescheuert. Ich schoine Axt. Hä? Ich komm da nicht hoch. Ich komm nicht mehr an die Schalt... Zacken dran. Ey, was ist das mit dem Spiel, ey? Naja, aber zumindest... Zumindest bewegt Moana sich, ne? Also... Ja, gut. Ich sag mal, Eisenschienen bewegen sich auch. Nein! Oh, ich dachte schon... Hast du einen Stress mit mir heute? Hey, Rai, gibst du doch noch Schienen hier. Wer hat die da hinten hingelegt? Das weiß ich nicht. Du hast die als einziges. Ja, genau. Hol schon mal, Hol. Toll. Ja, ist doch neben dir. Flo. Angel, Mann. Ja, aber von hier aus, sonst kommst du nicht ran. Jetzt Angel. Komm immer ran. Du sollst dich ja bei den Hintern fassen. Du sollst die Fische holen. Hallo, ich kann sie nicht holen. Doch, kannst du. Jetzt mach endlich. Noch einen. Das mach schon. Hier, damit Moana auch die Fischung ist. Der braucht ein Holz. Ja, dann hol das doch endlich, Balmahn. Kriegst du jedenfalls gebacken. Nein. Nur wegen Moana. Alles genau. Alles wegen dieser faulen... Nur, weil sie da hinten geblieben ist. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr müsst leider ohne mich auskommen. Ich komm hier nicht raus. Keiner von euch... Selbst wenn... Alter, selbst wenn du das sind, dann bin ich schuld. Keiner wusste, wie das mit dem Holz gehackt ist. Da hab ich so viel Holz gehackt für euch. Ganz ehrlich, Moana. Moana, dieses Spiel hat keine Bugs. Wir wissen beide, dass du dich nur im Kreis gedreht hast, damit du hier der ganzen Arbeit entgehst. Weißt du? Das mach ich auch. Ich arbeite hart genug für mein Leben. Hallo, die Rakete. Das ist die Rakete. Wir haben es geschafft. Ich kann abhauen. Ich will nach Hause. Ich will wegfliegen. Ja, aber links ist auch noch was, meine ich. Wir haben es nicht geschafft. Jetzt gehen wir wieder da hin. Ja, das haben wir nicht geschafft. Deswegen müssen wir das ja noch schaffen. Wieso komme ich nicht mehr runter? Ähm... Ähm... So, jetzt bewegt sie sich gar nicht mehr, weil sie eins... Jetzt, warum habe ich das Ding denn jetzt? Hey, mein Spiele leckt jetzt besser. Nein, es ist... Dein Spiel leckt jetzt besser? Ja, ich war auch kalt. Hä? Das hört sich irgendwie falsch an. Ähm, man. Nichts kann man sagen. Nichts kann man hier sagen. Hallo, Holz, rechte Seite. Hallo, Steine. Warum macht ihr... Oh, jetzt kriegt sie... Und stirbt fast. Wo ist denn... Steine, wo ist das Ding? Wo ist das Ding von den Steinen? Hallo, Spitzsacke. Mann, die hat die Boada nicht ausgeholt. Och, nee, ist nicht dein Ernst. Ach, ey, alles muss der Mann selber machen. Könnt ihr mal bitte die Steine hier von hier oben holen? Ich komme hier nicht rum. Aus dem Welle-Paradies abholen, bitte. Ja, mein Zelt ist für den Arsch. Beide Zelte. Au! Ich bin, glaube ich, mit den Steinen abgefürzt. Holz holen. Mach dieses Scheißding weg, ich fliege hier runter. Hol den Stein jetzt. Nein, wir brauchen Holz. Steine brauchen wir aber auch. Nein, es läuft mit Holz ab. Sag mal, kriegst du gar nichts mit, jetzt brauchst du einen Stein. Nein, es läuft mit Steinen ab. Wir schneiden alle gar nichts. Wir schneiden einfach alles gar nichts. Nichts in der Ahnung, weißt du, aber immer am Meckern. Wo ist denn jetzt hier die... Ich komme hier nicht durch. Welche Idiote hat die Spitzsacke da so halb... Hallo? Das war nicht Geld. Wer hat jetzt bitte gerade hier diese Steine weggeschoben? Ich komme hier nicht durch. Nimm doch mal die Laterne mit. Die ist doch schon. Wo ist die andere Laterne eigentlich? Ja, als wäre er nicht rumgekommen. Wir brauchen noch Stein. Ja, kommt gerade. Holz, Holz. Und angeln, angeln. Knutscht nicht so viel rum hier. Holz. So. Fischi, fischi. Fischi, fischi. Ist der Fischi jetzt reingegangen? Achso, nee, den habe ich noch in der Hand. Oh, weil du nicht gehackt hast. Geh weg! Mann. Ich muss, glaube ich, hier hin. Jetzt geht auf eure eigenen. Los, los, los. Ja! Yay! Ciao! Ciao! Oh, mein Gott. Aber lasst uns mal kurz gucken, was das links jetzt war. Nein! Nein, ob das wirklich das Ende war nach dem zweiten oder ob es da noch weiter geht. Das möchte ich schon gerne wissen. Da fliegen wir ins Weltall oder schiebe ich. Also Sputze Ende oder was? Damit schieße ich euch zum Mond. Ja, weil es hieß von den Entwicklern selber als Kommentar, dass wenn wir dieses eine noch gemacht hätten, das hatten wir ja nicht mit der Pyramide, dass sich dann ein neuer Weg quasi öffnet, um noch mal eine Handvoll neue zu machen. Jetzt weiß ich nicht, meine die mit einer Handvoll jetzt hier rechts die zwei. Ach, warte mal. Das Floß können wir nehmen. Das Spiel hat 400 Level. Nee. Hab ich das jetzt gedacht? Nicht mit dem Floß fahren, da waren wir doch gerade schon. Ich will ja mal gucken. Was hast du mit der Seite? Nein, du musst lenken und dann... Nein, lass mich mal fahren. Du kannst das nicht. Hier kann man auch noch anlegen. Nein, ja, aber das ist doch das alte. Boah. Hier unten ist das Ding doch gewesen, oder? Hier, guck mal hier. Ich schieße euch zum Mond jetzt. Ja, endlich. Sag bloß, jetzt kommt... Nein! Okay, wir müssen demnächst noch mal weitermachen. Nein, du Scheiße. Aber ist cool gemacht, muss ich sagen, ne? Nein. Das heißt, wir können jetzt nicht weiterspielen, weil es noch keinen weiter gibt. Nee, nee, das ist ja hier weiter. Das sind Nummer drei Level, die du hier siehst. Achso, und das ist wahrscheinlich dann ewig lang, oder was? Wahrscheinlich nicht. Nein, wir spielen das jetzt weiter. Jetzt will ich weiterspielen. Ihr müsst morgen um 6 Uhr aufstehen, ich nicht. Ich nicht, ich nicht. Ich bin frei, ich bin frei. Aber ich bin wieder die einzige Gearschte, die in fünfeinhalb Stunden aufstehen muss. Oder in fünfeinhalb Stunden, also dann kannst du auch durchmachen. Ja, du Gearschte. Du Gearschte. Du Gearschte. Wir sind jetzt im Weltall, also du hast keine Ausrede. Komm, wir spielen. Das stimmt, tatsächlich, wir müssen jetzt noch weiterspielen. Nein, nicht zum Spaceboot. Ja, ja, damit kann man weiter... Ach so, da ist das immer kein Level hier oben, dann sind das zwei Level hier. Das sind die beiden, einmal in Spaceboot. Oh, ihr könnt mich mal. Hey, ich schieße dich zum Mond. Kurz auch. Und links Bäume, unten rechts Steine. Ich habe kein Holz. Ich habe kein... Ja, klar, Holz auf dem Mond. Würdest du mich verarschen? Das sind die Wunderpflanzen. Das sind wahrscheinlich irgendwelche außerirdischen Holzgewächse. Holzgewächse? Ja. Gewächsele, Holzle. Und die Steine. Wenn du ja leicht gemacht hast, kann ja auch kein Viech das jetzt hier hochholen. Steine, 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 Moana. Schneller. Sonst hau ich mich mit dem Hammer auf. Gib mir den Stein. Mann. Weißer, anstatt, dass sie das bei mir mal eben rein tut, wenn sie sowieso da rumläuft. Nein, war ein bisschen schneller abgelaufen. Oh, ich kann da reingehen. Ach so, halt. Ja, aber dann wird's weggeholt. Oh. F-t euch. Du bist doch das gerade. Du bist gegrillt. Aber ich komme jetzt nicht mehr da unten ran. Wir kommen nicht mehr ans Holz. Äh, ich bin hier bitte rum. Hallo. Ich brauche Steine. Gesegnet seid ihr. Also Leute, wir haben keinen Steine. Ja, aber ich komme auch nicht ans Holz. Ich mache trotzdem mal das Ding hier. Was soll ich das denn hier tollen? Komm mal, hier kannst du Fische an und später. Piranha. Außerirdischen Fische. Aber ich komme nicht ans Holz und ich... Was ist das für ein Scheiß? Oh ja, das brennt weg. Ach so, nein. Oh, tschüss. Ich bin da mal weg. Och, nee, nee. Ja, man muss da reingehen und dann... Oh, ja. Ich habe die Axt gegriffelt bei so einem Steine. Ja, komm zurück, komm zurück. Du brauchst Steine. Das schaffen wir nicht mehr. Oh, wo bin ich hin? Hat einer von euch da drauf gedrückt eben aus Versehen? Oder ist das wirklich so von sich? Ja, ich weiß auch, wer das war, aber ich gucke jetzt keinen an. Fandst du ja auch nicht. Doch. Ich wollte gerade sagen, du siehst sie ja gar nicht. Doch. Jetzt mach Holz rein. Ja, geht nicht. Kann sich neben das Drecksholz... Boah. Jetzt alliere jetzt hier. Äh, haben wir noch? Nee, ach so, die müssen wir noch. Ah, um. Lass schon mal einer. Drücken wir mal auf das Alien-Ding. Nein, nein, pass auf, geh da raus, geh da raus. Nein, ich kann auch nicht, ich kann auch nicht. Du sollst da auch nicht drauf drücken, warum machst du das? Ja, damit das weg geht, sonst geht das nicht weg. Schnell, Holz, Holz, Holz. Wo ist Moana? Da. Aber mit Nama kommst du nicht weit. Mann, jetzt mach das scheiß Holz weg. Kommt da mal einer her. Schnell. Oh, Leute. Ihr sollt doch nur mal Holste rein tun. Mir solltet ihr doch gar nicht machen. So, nehmt die Axt, geht da dran, dran, dran. Äh. Ich kann die nicht angeln. Wieso kann ich die nicht angeln? Ja, weil wir das Ding hier betätigen müssen. Nein, von hier aus, von hier aus. Okay. Schnell, 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 schnell. Oh, die beißen. Aua. Schnell, Moana. Moana, mach mal Holz rein. Mann, ich hab doch glaub ich was gefragt. Da, wo ist das? Moana wird gegrillt gerade. Ja, sie hat sich ja auch nicht bewegt. Der ganze Fisch liegt da unten. Jetzt nicht mehr. Sie ist zurecht gegrillt worden. Schnell, angel weiter. Ich kann noch nicht raus. Oh, nein, komm, nicht deswegen jetzt. Oh, ey. Nur weil ihr nichts mit Aliens am Hut habt, ey. Ja, du bist das einzige Alien hier gerade. Ja, ich bin doch einige Grüne. Von der Hautfarbe. Äh. Ich dachte, die sind alle pink in Palir. Äh, hier war man drunter. Warum geht die auch in Outer Moon rein? Erstmal geht man in die Space Station. Weil wir lernen wollen und es direkt ganz schnell ganz richtig machen wollen. Also es macht keinen Sinn, viel Holz zu hacken, wenn man sowieso das wegbrennt. Also machen wir nur ein bisschen Holz. Holz, 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 Holz. So. Du sollst es ja auch nicht nur hacken, du sollst es ja auch hin und her bewegen. Ach, geh mir nicht auf den Dings. Mach schon mal eine Steine. Ach, jetzt haben wir wieder keine Steine. Steine, Steine. Oh, geh mir aus dem Weg. Oh mein, gib da. Ah, komm, 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 komm. Steine, Steine, Steine. Oh. Mach mir den Hammer weg. Ja, ich hab schon. Ich lauf, wenn der Eppi mir aus dem Weg geht. Na, 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 na. Nehmen wir den Hammer weg. So. Geh da hin. Geh da mal rein, geh da mal rein. Drück da mal in die Mitte auf das Ding. Reingehen und in die Mitte drücken. Oh, wie schwer ist das bitte? Ja, ist doch gut. Oh. Wir brauchen Steine. Oh, ich komme an diese blöde Dinge. Oh, ich komme jetzt Steine, 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 vier Steine. Oh, ich hab das Ding gar nicht dabei. Na, du hast... Schnell, 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 schnell. Schnell! Blockier mich doch nicht hier. Mach' den. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, nein. Das ist gar kein Zelt. Dann ist es nicht so schlimm. Steine, 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 Steine. Zack. Holz. Ich weiß nicht, brauchen wir nochmal welche. Ich nehme mal vorsichtshalber. Nee, wir brauchen keine Steine mehr, oder? Ich weiß nicht. Ich lege mal vorsichtshalber hier oben noch einen Zinn. Hast du? So, ich hab Holz. Holz, 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 Holz. Ein Holz noch und die Axt brauchen wir. Ich krieg die nicht aufgehoben. Geh da raus, geh da raus, geh da raus. Oh, war das knapp. Oh, das war knapp. Ja, ich beschleunige, ich beschleunige. Es wird wieder frei. Angeln, wo ist die Angel da oben? Ähm, wir brauchen noch einen Holz. Oh, jetzt fände sie doch links. Was macht ihr denn? Nee, von da geht's auch, oder? Mach hier das weg bei ihr. Bei ihr. Jetzt kommt man nämlich an den Fisch nicht richtig dran. Nein! Die hat mir einen Fisch geklaut, die blöde Kuh. Das stimmt doch. Was ist das? Kommt sie mal hin? Los, geht vor das Feld. Ich bin echt noch mal weg, der drüber. Zack, ich vor das Feld. Nee, Holz, ein Holz noch. Ja, ich komme, ich komme. Ich rette euch alle. Nein, du bist tot. Ich hab das denn. Nein, das bin ich nicht. Ich bin hier rechts. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Boah, lass zählen, schnell. Geh ins Zelt, geht ins Zelt. Ach, scheiße. Kann man das abbrechen? Warte mal, man kann wieder raus. Hol sie, schnell. Nicht, lass der mich nicht hängen. Nein, wir sind zählen. Nee, wenn sterben alle zusammen. Komm schon, komm schon. Schnell, lass. Ich mach alles. Bin drin, bin drin, lauf, lauf. Oh, ja, ja, ja. Woran bist du eben gestorben? Ich weiß nicht, da ist so ein Vieh aus der Erde gekommen. Ach so. Hä? Das kommt aber nur bei dir. Ich hab mal rechts, hab ich mal Tentakeln gesehen, aber links hab ich mal. Anscheinend. Tentakeln, jetzt hab ich Kopf, Kino. Oh nein, hör auf, der Zelt einfach aufzureden. Ja, jetzt nicht so Entei-mäßig oder so, ne? Aber das hast du jetzt gesagt. Das hast du gesagt. Du hast es ausgesprochen. Ja, haben wir nicht alle jetzt daran gedacht? Ich mein, wir waren alle mal jung, wir haben alle mal... Ich hab an einem süßen Octopus gedacht. Ja, genau. Wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Da, er hat sich mitgenommen, ich hab noch was zu sagen. Ganz ehrlich, der sagt nichts, weißt du? Ja, Mann, sprich du mal an, wo ist die Axt und keiner antwortet einem. Ich schreie viermal rum, wo ist die Axt? Wo ist die Axt geblieben? Oh, ich hänge... Halt die Klappe. Netzwerkverbindung verloren. Schildjährig. Nein, wieso kann ich das nicht aufnehmen? Weg da! Ich hau dir sonst den Axt in den... Steine, wer hat die Steine? Ja, du sollst die Steine holen. Aber wo? Wo? Ich stell das Zeit hin. So, ich hab das Zelt schon mal. Zack. Zack. Erst die Steine, erst die Steine. Nein! Welcher Idiot hat mir jetzt grad zugemacht? Oh, Holz, 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 Holz. Lauf, lauf, lauf. Ich lass das schon. Nein! Ja, ich bin kaputt. Irgendeiner hat mich ja grad weggeweht. Das Holz damit auch. Wo sind die Steine? Hier sind keine. Wo ist die Lampa? Ja, das war's, das war's. Keine Steine, keine Hacke. Der Hacke ist hier hinten. Warum holst du die nicht? Weil ich hier die Steine am aufsammeln war. Aber die waren weg. Ja, man muss hier hinten den wieder rausholen. Jetzt sind die schon wieder weg. Ach, da kann man sie rausholen. Hä? Boah, das ist ja viel einfacher. Oh, jetzt. Hä? Wo ist jetzt? Hast du jetzt den Stein hier vorne gemacht? Boah, na, ich mein dich. Die ist so konzentriert, die redet nicht mehr mit mir. Die ist so konzentriert, die redet nicht mehr mit mir hier. Nein! Die hat mir schon wieder mal Holz geklaut. Mach jetzt schneller, Mann. Wer hat die Axt? Ich natürlich. Wo sind die Fische überhaupt? Die sind im Plastarium dahinter. Fische, achso. Fische sind Freunde. Mein Stab und Fische sind halt. Fische sind Freunde. Kein Futter. Ich find's fremde. Och Mann, mach das doch da rein. Das erinnert mich an dieses Fischding, was die Simulationen. Nee, wir brauchen nur Holz. Nein, das ist drin. Oder? Das ist drin, ja. Nein, nein, ich muss hier. Links, Moana, lauf, lauf, lauf. Irgendwie ist sie mal die letzte, ich weiß auch nicht. Ich brauche immer so lange, das ist gar nicht. Verdammt, Stress haben. Guck mal, die wollen alle Stress haben. Die wollen alle Stress haben mit mir hier. Ich dachte, du wärst heute so gejoggt und so gerannt. Na komm, komm. Einmal will ich jetzt alle drei haben. Nein. Yes. Doch, das hat mir reich. Obwohl Moana so langsam begangen ist. Denkst du irgendwie, alle wollen Stress mit mir? Warum? Pass auf. Nein, nur deine Nachbarn. Okay, das beantwortet meine Frage, aber wir sollten dann trotzdem hier meinen Kratz machen. Ja, ich bin auch mal wieder bei 32 Minuten. Nee, dann machen wir hier feierend jetzt. Also es gibt da anscheinend noch... Was? Ja, es war wie immer ein wunderbarer Horror mit euch. Nein. Ja, natürlich. Bis immer. Ja, nein. Ich finde das so genial, wenn alle drei durcheinander reden und keiner versteht, was der andere gesagt hat. Und alle plötzlich ruhig werden, weil die alle dann den anderen weiterreden lassen wollen. Und ich verstehe mich gar nicht mehr, weil ich hier so am Rumbrüllen bin die halbe Nacht und... Aber ich brülle ja immer noch. Mhm. Das ist ja so. Ja, aber ich habe dabei meine Stimme verloren, du nicht. Hallo, wieso bleibt ihr nicht mal... Ach, ihr seid jetzt da mit am Laufen oder was? Ich laufe damit mit dem Virus. Ich laufe das nicht. Ach, könnt ihr da alle mitlaufen? Ich dachte, das kann ich. Ja, ja, nein. Ich laufe mich gar mit nicht an. So, warte mal Tschüss sagen jetzt. Ja, Tschüss, Tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen. Ja, auf das weiß, wie viel immer noch mal machen. Bis zum nächsten Mal, die nächsten Level. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.